hmmm hmmm Dalaran So jetzt bin ich auf dem Schiff Ist das unser Schiff hier oder ist das unser Schiff hier? Mischka ist hier Mischka ist hier Mischka? Ja, Lehrling für erste Hilfe Erlernen Wuhuhuhuhu Was ich hier gerade erlernt habe I have no idea Sanitäter der Legionen Aaaaah, komm Die muss man jetzt hier kaputt machen oder? Hmm Hmm Bin ich Instabile Mischung geerntet Ach die Dinger hier Ah, die werden sein, oder? Eins Alles klar Ah, ich versteh So, da habe ich jetzt drei Drei Und so war das in vieren Oh, es kommt wieder welche Mir ist mir aufgefallen, also die kämpfen gerade mit der einen hier, ne? Ich glaube, wenn ich die alle rüber hole Dann fang die mal an mit denen zu kämpfen Oh, okay Irgendwie eine ganze Nicht so wie ich dachte Naja, hätte der klappt können Alles raushauen hier Voll im Burst Ich glaube jetzt von den Dingern Äh, jetzt die sechste hier mit Komm noch einmal her Komm noch einmal her Noch eine ernten Zack und Schlitz und Puff Todes Pirsche Ah, der schon drauf Äh, wem Graumänner helfen Wo ist der denn jetzt schon hier? Und die Treppe hier Scheiße Das Schiff sieht schon ganz schön kaputt aus hier Wollte ich das mal so bemerken hab Ja, sie staubts an jeder Ecke, sag ich mal so Graumänner, Digga, wo ist er denn jetzt? Soll ich mit ihm kämpfen? Ach hier ist so, oh Oh Soll ich dein ernst hier, oder? Verseuchte Pfeile, das ist nicht gut Oh Oh, ich bin tot Oh, yes Tja Ja Gut, ich war nicht tot, aber Ich bin vom Schiff geflogen Oh Oh Den ganzen dreckigen Weg nochmal laufen Oh Mal Zeit Oh, danke schön Hm Ja Hier ist so eine Elite dann oben, da musst du dann dem Graumänner helfen Ja Und ja, wir haben ihn selber runter gefördert hier, oder? So Wo sind wir jetzt? Ach der kämpft noch Scheiße Das war jetzt nicht so clever Das war jetzt nicht so clever Hm Glückwunsch wenn man seine Spezialattacken macht und dann gar nicht vongegen ist Hm Hm, ja, altbekannte Hm Hm Durch geht's, sascht hier Oh, Graum, meine Spensionen abgeschlossen Ups Fübschen Hm Hm Nun gut Bist du Kauten Ja Und zürnt sich hier so ein Rahmen auf Du bist noch dabei, oder wie? Du bist noch dabei, oder wie? Du bist noch dabei, oder wie? Ich bin jetzt kaum eine selber eigen Und nicht mehr Mal nicht mehr Mal gucken Das kommt ein STF Hilfe Sein gegebter Verband So, Mama Alter, wieso springt das so viel? Ähm... Oh, kurz Fübschen? Nur ein kurzes. Hm. Kaum eines Schachzuges. Ich weiß nicht, ob ich von nebenüber bin. Killed acht Kledermäuse. Und weitere Quests. Siehst du den Ram auf der Karte? Ja. Wollen wir da hin? Erstmal die Quests annehmen hier und dann brettern wir rüber. Ich denke, ich habe alle. Let's, let's. Wo ist denn der? Der ist ja da unten irgendwo, oder? Und dann? Ich denke, der ist da unten irgendwo, ja. Jetzt erscheint er mir nicht mehr hier. Ich habe da gerade den Spieler weg gesehen. Ich glaube, der hat ihn weggeballert. Ja, aber dann kommt der wieder. Ja, aber dann kommt der wieder. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der hat ihn weggeballert. Ich glaube, der hat ihn weggeballert. Nee, ich glaube, der hat ihn weggeballert. Nein, ich glaube nicht. Der ist hinter mir her gewesen. Na gut. Verlassene getötet, irgendwas wie unten. Ja? Ja, hier so, oder? Okay. Ich wusste doch, hier sind irgendwelche Leute wieder. Ich will kein Leben, ey. Herr Rama wird wieder da. Du weißt, äh, was? Weißt? Weißt du was, der Tragun? Siehst du den? Ja, ne? Der ist ja vielleicht doch oben. Mhm. Ja. Ja, EC1. Das ist Campus. Mhm. Ah, so wieder seitdem. Verkickt, äh, verkickt, klickt. Ja. Oh, ich hab erfolgreich gekügt. Ah, cool. Jetzt kann ich's nicht mehr. Ah, fuck you, mother. You dead, son of the bitch. Ordens Ressourcen und irgendwelche... Essenz. Alter, irgendwie dauert es jetzt länger aufzusteigen, ne? Kann das sein? Ja. So ein Filter. Ne, nun, dann machen wir hier weiter, oder? Mhm. Schreckensreiter Malweg. Ach, wir müssen ja auch noch runter hier. Den müssen wir noch wegbrettern. Mhm. Okay. 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 Why are you coming here? Papa. Look at that brudda brudda. Ahh. Cool. What's in? Gefällt mir. Oh, Blut hab ich gesehen. Ja, ich hab auch grad so'n Spritzer wahrgenommen. So. Puh. Also ich brauch noch 5 Kisten. Äh, insgesamt 5, aber, äh, 2 fehlen noch. So. Da ist noch eine. Da ist ja auch meine. Da ist noch mal mehr. Okay. Okay. Der Rest ist unten, oder? Mhm. ich sehe Leichen ja weil das heißt dass irgendwas ein gröses Tod ist ich glaube wir müssen noch vielleicht um das Wack herumschwimmen oder ich weiß nicht ja sieht so aus ja da sehe ich was aber ich sehe das ne da hab ich mich verguckt oh da ist es oh ja Finger weg da Finger weg ne doch ne ne hab ich selber so guck mal die Strömung trappt einen tatsächlich so ein bisschen ne ooooh ein Kiste oh da war aber einiges drin also hier würde ich aufpassen weil ich glaube hier gehts ganz nach unten naja muss springen und raus aus der Strömung da hm wo ist die Treppe da ist so ne Fledermos Retterin oh Gott ist ja voll nervig da ist ne Kiste wie sieht die denn alle hier die waren Todesrotter offensichtlich weißt du die Kiste ja wir müssen jetzt Verlassene töten aber pack mal auf das geht auch da drüben ja ich sehe die ja ich sehe die ja ich sehe die ja ich sehe die google lautschen ich nehme meine Katze Aaaaah mir juckt's Ups Köln und die Begründung der Klinik überfordert Ja, das macht Laune. Oh, hier, ein Sohn. Was ist wo? Naja, Finger weg, nämlich. Ähm, hier, zwei Verlassener brauche ich noch. Ja, die Kinder. Ach, der Oben, macht so guck. Oh, das ging schnell. Alles fertig? Äh, ja. Ich denk schon, ja, sieht so schwer dann aus. Geronimo! So, jetzt aber der wird ab hier. Achso. Doch nicht. Hm. Äh, ja, was suche ich mir jetzt aus? Geht's jetzt? Okay. Wieso verschwindet immer einmal Crit? Oder Tempo? Oder Tempo, oder? Ah. Das ist gut. Aber nicht wieder kaputt machen. Aber nicht wieder kaputt machen. Faszinierend. So. Aufgeständert. Ähm. Gesteigt. Gesteigt. Ja. 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 Warte mal kurz. Ja. Warte mal kurz. Ja. Warte. Warte mal kurz. Zufälliger Dungeon Legion. Hm. Warte mal kurz. Kann ich anmelden zumindest, ja. Kann ich anmelden zumindest, ja. Ja, dann. Harte. Aha, hier kriegst du die Dinge. Oh Gott. Das wird ein Fest, oh! Äh, äh, äh. Sind wir als Gruppe angemeldet? Warte Zeit oder so. warte zeit eine stunde ich weiß nicht ob das noch was wird muss ja auch bald wieder in die partie so ist mir das schrott verkaufen äh 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 guck mal diese schaldorei seide die hat immer gar keinen wert alter ist die wertlos naja also ich hab jetzt das hat immer diese guide hefte ne diese 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 führerhefte hier um gold machen und so aber ich glaub dieses mal hatte ich keins gekauft und ich glaub ähm so handwerksmaterial macht wohl kein geld hier ne ich glaub auch nicht obwohl wer weiß dass das abwarten ist so zwei sind irgendwie hier vorne ja dann hier hoch ja muss ja dann führe ich denke es geht hier hoch ja ja hier 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 ist was ach so mir ist aufgefallen dass es grau wird wenn du zwar in der nähe bist aber nicht vor dem stehst als wenn er nicht sichtbar ist glaub du musst hier irgendwie rein oder so ich glaube ich bin ich auch falsch ob ich jetzt wieder eine kiste sehe wird Oh, alter eingelegter Koi. Na, toll, Wurst. Primitive Statuette. Ach ja, das ist ja für die Artefakte. Ja. Ich glaube, wir müssen nochmal hoch und dann irgendwie... Nochmal gucken. Warst du noch nicht hier? Mit dem anderen? Ach so. Ich bin dann einfach wieder hochgelaufen jetzt. Ach, guck mal, du musst das Schiff komplett nach oben und dann gibt es da so einen Höhleneingang. Das ist ja eins... Das ist wie so ein abgestürztes Schiff, was da reingekracht ist, weißt du? Ach so. Oh, man hört so richtig Feuerknistern hier am Feuer. Und das Holz sieht, äh... Holziger. Ach, da bist du. Stumpen, Stumpen, Grotte. Ach, guck, hier ist das schon. Ah ja. So, Arthragona befreien. Nö, dann will ich da nicht reinlaufen. Ja, mach du lieber klar. Ich befreie hier mal. Guck mal, one hit. Mehr oder weniger. Ja, weil ich den schon angekratzt habe. Na klar. Am Schnabelt vielleicht. Hallo, wo bist du da? Ja, ich folge dem Weg. Ich folge dem Weg. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Hehehe. Was war das denn jetzt? Oh, das ist aber riesig, das viele rum. Und zum Transponder müssen wir auch noch aufladen irgendwo. Oh, shit. Ich pull mal noch ein bisschen, dann ist das gut. Oh, mein Gott, wer ist das jetzt? Das ist doch nicht zu erfassen. Ähm, ja, aber wir sind... Da ist ne Kiste. Ja, jetzt müssen wir die fette Figur in den Augenblick hauen. Wo ist ne Kiste? Ah ja, da, meine, weg da. Ähm, also wir brauchen ja immer noch hier. Ich glaub, Wurzgis. Was war das jetzt für ne Aktion? Ja. Ach so. Wurzgis, diesen schlafenden Drachen hier verwöhnen. Verwirren. Ich glaub, wir müssen wieder runter hier. Kann das sein? Das kann natürlich sein. Ja. Oh, da ist ein Drache. Wie machst du das immer? Ich verstehe nicht. Wie heißt das? Diese... Fem... 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 Wie heißt es? Was? Fegromone, meine ich. Ach so. Ich glaube, wir müssen1 wieder, aufs인데... Wir fahren...